Tom Norse von Slingshot ist auch gerade mitgefahren in der Kategorie Slalom und zwar bei den Junioren. Wie waren für dich die zwei Heats? Also mein erster Heat lief erstaunlich gut. Ich bin vor Elias und Xaver, das sind so in meinem Heat die größten Konkurrenten gewesen. Ich konnte vor beiden starten, ich war komplett glücklich darüber. Elias hat mich dann zwar noch überholt, Xaver hatte nicht so viel Druck in seinem Schirm. Er ist deswegen hinten dran geblieben. Und es war einfach super geil, das erste Rennen quasi direkt auf dem zweiten Platz abzuschließen. Auch wenn es jetzt im Finale nicht ganz so gut gelaufen ist, bin ich 6er von 8 geworden. Da gab es ein paar Streitigkeiten am Start. Aber ich war sowieso eigentlich nicht beteiligt und bin mein Rennen so gut gefahren wie ich konnte. Und mit dem sechsten Platz kann man sich denke ich auch zufriedenstellen auf jeden Fall.